Der Mensch ist im Universum einzigartig. Die Wissenschaftler können immer noch nicht erklären, warum wir so anders sind. So überlegen in unseren Fähigkeiten gegenüber allen anderen Lebewesen. Und doch altert unser Körper, wird krank und ermüdet. Denkweisen geraten in Konflikte miteinander. Der Verstand versagt und er liegt der Sinnlosigkeit. Werden wir diese Grenzen durch unsere Erfindungen überwinden? Oder hat der Erfinder des Menschen einen anderen Plan? Die Technik hat unsere Welt immer wieder revolutioniert. Die Dampfmaschine und die Elektrizität haben das übertroffen, was menschliche Muskeln und tierische Kraft zu leisten vermögen. Die künstliche Intelligenz versucht nun, das menschliche Gehirn zu übertreffen. Der Mensch hat den Computer erfunden und in jeden Aspekt seines Lebens integriert. Computerprogramme sind heute in der Lage, Illustrationen zu erstellen, Codes zu programmieren und juristische Prüfungen zu bestehen. Jetzt erforschen wir, wie wir Computer direkt in unsere Gehirne einbauen können. So wie Motoren uns stärker gemacht haben, versprechen Computer uns intelligenter zu machen. Wir wollen Silizium, Elektrizität und Transistoren nutzen, um unsere eigenen menschlichen Grenzen zu überwinden. Wo wird es enden? Wenn wir Roboterglieder mit unserem Gehirn steuern und unseren Verstand mit endlosen Daten verbinden können, könnten wir dann die Sterblichkeit selbst herausfordern. Von der Heilung kranker bis zur Erweiterung der Gehirnkapazität. Vom Aufhalten des Alterungsprozesses bis zur Überwindung der Sterblichkeit. Die modernen Technologien versprechen alles. Bei Mäusen wurde der Alterungsprozess bereits rückgängig gemacht. Jetzt träumen Zukunftsforscher davon, ewig zu leben. Leibhaftig und sogar in der virtuellen Realität. Aber bei all dem hat der Mensch seinen Schöpfer vergessen. In Psalm 33, 14-15 lesen wir, Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Der ihnen allen das Herz geschaffen hat, achtet auf alle ihre Werke. Gott hat den menschlichen Verstand geschaffen und er allein kennt das menschliche Herz. Jeremia 17, 9-10 Es gibt eine nicht-organische Komponente, die bereits mit unserem Gehirn verbunden ist. Sie leistet, was sich Wissenschaftler und Theoretiker nur vorstellen können. Sie stattet uns mit Intellekt aus. Sie verleiht und bewahrt unsere Persönlichkeit und sie dient als Brücke von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit. Ich spreche von dem Geist im Menschen. Hiob 32, Vers 8 Mit ihm hat unser Schöpfer uns die Möglichkeit gegeben, etwas weit Größeres zu werden, als es sich die optimistischsten und fantasievollsten Futuristen je hätten träumen lassen. Wie der verstorbene Herbert W. Armstrong im Geheimnis der Zeitalter über die heutigen Philosophen und Humanisten schrieb, Zitat Gott hat uns sterblich geschaffen, aber in Hesekiel 37 lesen wir von einer Auferstehung zu widersterblichem Leben. Und in Römer 8 und in 1. Korinther 15 lesen wir von einer Auferstehung zu geistigem Leben. Eine Auferstehung zu erneutem physischem Leben wird ermöglicht durch den menschlichen Geist, der bereits in uns ist. Die Auferstehung zu geistigem Leben jedoch wird ermöglicht durch Gottes heiligen Geist. Gottes heiliger Geist wird uns, anders als der menschliche Geist, nicht bei der Empfängnis gegeben. Er ist vielmehr ein Geschenk, das Gott denen macht, die ihm gehorchen. Apostelgeschichte 5, Vers 32 Bereuen und sich taufen lassen Apostelgeschichte 2, Vers 38 Die Verbindung unseres menschlichen Geistes mit dem Geist Gottes öffnet die Tür zum Verständnis der Tiefen Gottes. 1. Korinther 2, Vers 10 Er ermöglicht es uns, die Ursache unserer menschlichen Probleme zu verstehen und zeigt uns den Weg zu einer unbegrenzten Zukunft, die frei von Problemen ist. In seiner Broschüre Was die Wissenschaft über den menschlichen Geist nicht weiß, schrieb Herr Armstrong Der heilige Geist öffnet unseren Geist, um die heilige Bibel zu verstehen und die Bibel offenbart uns, warum wir Menschen hier auf die Erde gebracht wurden. Was wir sind. Wohin wir gehen. Das unverwirklichte, unglaubliche menschliche Potenzial Wie wir diesen menschlichen Mechanismus von Geist und Körper bedienen können, um glücklich in Frieden zu leben und dieses großartige Potenzial zu erreichen. Zitat Ende Des Weiteren schrieb er Wenn man über die Existenz des Menschen nachdenkt, ist es praktisch selbstverständlich, dass der einzigartige, mächtige menschliche Geist dafür geschaffen wurde. Aber kein Computer, kein Programm der künstlichen Intelligenz, kein noch so fortschrittliches elektronisches Implantat kann ein Verstand entwickeln, der richtige Entscheidungen trifft, die richtige Moral praktiziert und die richtige Einstellung kultiviert und danach lebt. Der Schöpfer der Menschen hat uns das Potenzial gegeben, nachdem wir uns sehnen, aber wir haben seine Gesetze abgelehnt und streben nach unseren eigenen Lösungen. Die Menschheit befindet sich weiterhin in Rebellion, begeht selbstzerstörerische Handlungen, widersetzt sich der Führung ihres Schöpfers und strebt vergeblich danach, übermenschliche Fähigkeiten und ewiges Leben zu erlangen. Wenn es überhaupt möglich wäre, dies zu erreichen, würden wir nur unsere eigene Eitelkeit, Sinnlosigkeit und unser Leiden vervielfachen. Gott hat uns zu dem Zweck geschaffen, zu wachsen, indem wir die von ihm geschaffenen physischen und geistigen Gesetze nutzen, uns seiner Führung unterwerfen und seine Kraft empfangen, so wie wir anatomisch, physiologisch und neurologisch im Mutterleib bis zur Geburt gewachsen sind, wurden wir geschaffen, um im Denken, in der Moral und in der Einstellung bis zur geistigen Geburt zu wachsen. Johannes 3, Verse 1 bis 8 Ja, sie wurden geboren, um mehr als ein Mensch zu sein, den führenden Wissenschaftlern auf diesem Gebiet fehlt es an einem, auch nur rudimentären Verständnis dieser transzendenten Bestimmung und dieses Potenzials des Menschen. Aber sie können es lernen und mit der Hilfe ihres Schöpfers können sie es erreichen. Mehr dazu erfahren Sie unserer kostenlosen Broschüre Was die Wissenschaft über den Menschengeist nicht weiß Auf unserer Webseite dieposaune.de finden Sie auch die letzte Ausgabe unseres Magazins Die Posaune die dieses Thema ausführlich bespricht. Fragen, Kommentare können Sie auch gerne an info at dieposaune.de schreiben. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Mein Name ist Jose Mischels Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal